Okay, bring euch bitte nicht um. Okay, zuerst, Aris. Sind wir hier mal wünscht dir wat? Leider nicht. HAAH! Alter! Erschreckt ihr euch mal gegenseitig? So in etwa. Jo, meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zur 50. Episode von Let's Play GTA 5 Online. Heute in einer sehr, sehr kleinen Crew. Fangen wir mal bei Fabnesti an. Er ist der Schlitzer. Hallo Fabnesti. Fabnesti? Hallo! Hallo! Ja, wie oft soll ich denn deinen Namen sagen? Und Mella ist mit dabei. Hallo Mella! Hi! Jo, man hört ihre Stimme. Wir spielen eine Runde Schlitzer. Habe ich noch nie gemacht? Wird geil. Hehehehe. Uh, yeah. So, wir müssen uns jetzt verstecken, oder wat? Ja. Okay. Scheiße. Sonst komme ich und finde euch. Okay. Ich habe keine... Ich habe keine... Rechts ist Taschenlampe. Oh man. Wie viel Zeit haben wir? Unten läuft ein Timer. Okay. Scheiße. Ich kenne mich hier null aus, ne? Wir sind in den Human Labs, oder? Ja. Alter. Boah. Da geht's nicht ran. Ich habe Angst, Alter. Ja, wird halt gruselig, wenn er auf einmal so vor einem steht und einen auf einmal abballert. Das... Alter... War so schamant, sieht er nicht aus. Er hat mich. Echt? Ja, ja. Gott. Ich guck mal kurz auf die Mini-Mil... Ah! Nee, sieht man nicht. Ich sehe nur mich. Und schalte die Räume, aber euch nicht. Oh yeah. Ich bin voll in die Arme gerannt, aber ich konnte mich wieder vermissen. Geil. Weg ist er. Ob irgendwie so kein Plan mehr ist. Ah! Alter! Ich bin down. Schon allein, wenn man das so least pulverisiert. Alter. Hat sich da jemand erschreckt? Nein. Geil. Jetzt sitzen wir hier in Nachtsicht. So allein, wenn die Zeit abläuft, krieg ich auch so eine Mini-Gun oder so und muss ihn dann abschießen. Geil. Oder er mich. Ich setz all die Hoffnung da jetzt auf, das wird gut. Ich will ihn nicht abschießen. Doch! Genug der Höflichkeit hier. Nein, ich traf sowieso nicht. Ah, Kutsch. First Try. Easy. Haha. Schaffste. Ist schon witzig. Meine erfolgreichste GTA-Folge heißt ja, Mella muss unter ihrem Bruder leiden. Und jetzt ist sie dabei in der 50. Folge. Nice! Yeah! Ja! Wo bleibt der denn? Wo bist du denn? Weg. Hier in der Ecke so. Pssst! Sag dem das doch noch, Alter! Es gibt viele Ecke. Hier in der Ecke. Hä? Hier in der Ecke gibt's viel. Ja. Geil. Zeit um. Klatsch ihm weg. Dann komm mal ran. Ich will nicht. Schaffst du schon. Wenn die Zeit jetzt abgelaufen ist, dann ist es unentschieden, oder? Keine Ahnung. Hatten wir bis jetzt noch nie. Oh weh, ja. Alter! Tu was! Was denn? Geil, Alter! Nicht schlecht, ey! Oh oh! Deine Kommentare helfen! Hilf mir halt auch überhaupt nicht! Jetzt hab ich ihm einen Tipp gegeben, ich dumme Kuh. Hat auch, glaub ich, nicht bemerkt. Ey, voll Nervkitzel, Alter! Ja, ne? Malda, wovor steckst du dich denn? Komm doch her! Nein, ich will nicht! Vor allem, ich bin immer die Letzte! Auch als wir das mit Karacho gespielt haben, ich war immer die Letzte! Immer die, die am meisten leiden musste! Ich bleib einfach hier, da wo ich gerade bin. Ich hab mal die Sicht auf Fabnesti jetzt mal gewechselt. Der sieht vielleicht Panne aus, der Bursche. Ich seh das ja alles, was ihr da macht. Ja. Bei Nachtsicht und so. Ich hab halt auch keinen Plan, wo er ist. Naja, ich könnte es dir sagen, aber ich mach es natürlich nicht. Wir wollen ja die Spannung noch irgendwie beibehalten. Ja, das stimmt. Wäre halt gruselig, wenn auf einmal so direkt vor mir steht, Licht auf mich richtet und mich einfach abschießt. Ey, solche Special-Folgen kann man auch mal machen irgendwie, wenn Halloween ist und so. Dann kommt das, glaub ich, richtig geil, Mann. Ja. Ja, das stimmt. Wie er auszieht, Alter. Vor allem, ich finde ihn, glaub ich sogar... Ich glaube, er sieht sogar gruseliger aus. Ich hab ihn ja auch kurz, äh, bevor es anfing, angeguckt und dann... Gruselig. Aber ihr habt recht. Geil! Aber pu... Ah! Hä? Weil ich gestorben bin. Ah! Schade! Achso, ich hab jetzt gewonnen, oder wie? Ey, ich hab Geld bekommen, alles gut! Bei mir stand Verlierer. Bei mir auch. Hä? Ah, dann haben wir... Okay. Ja. Aber bei ihm ist jetzt einer Sieger. Hm. Das, meine Damen und Herren, ist ein Bug. Haha, das ist meine... Ey, ich hab Geld bekommen, alles gut. Jo. Mehr, äh, hier, Rangpunkte. Fresh, fresh. So, wer wird jetzt der Jäger sein? Wieder ich. Wie hast du dich da so hingehockt, mit welcher Taste? Wer? Ich? Du hast mich gesehen? Ja, ich weiß, wo du warst, ja. Wie hast du dich da... Äh, mit Kuh. Aha. Äh, so wie normal. Alles ja. Danke. Jo. Dein Ernst! Scheiße. Ich dachte erst, das wärst du. Oh Gott. Ah, das ist zwar ganz schön gruselig. Ah, jetzt sehe ich, wo du bist. Ich hab gerade ein bisschen Kack in der Hose. Weil du mal der Letzte bist. Ja. Hat der Aris Angst? Nein. Hätte ich auch. Nein! Da war ich eben auch und du hast mich nicht gefunden. Alter! Alter! Nicht schlecht, ey. Ich find's witzig. Well played. Noch ne Runde, Alter. Das macht Bock, Alter. Ja, da müssen wir nochmal neu spielen, statt nämlich die Runden sind jetzt durch. Oh! Ja, nein! Fresh, Alter! Wie du aussiehst, Junge! Ah, ich mach jetzt aber keinen Cut. Ich lass einfach Eiskite durchlaufen. Ja. Muss nur die Zeit pausieren. Komm mal. Achso. Kann man nicht einfach dann auf Wiederholung... Ich kann doch nicht mal abstimmen, was ist hier los, Alter. Du kannst... Willst du nächste Runde Schlitzer sein? Mir ist es egal. Wir sollten ein bisschen Abwechslung. Ja, klar. Wiederholung. Krass, ey. Das macht Bock, doch, ja. Ja, ne? Hat was. Mega. Machen wir was anderes. Ey, Schlitze auf der Yacht. Können wir auch mal machen. Fresh. Ne, ist nicht so geil, weil da draußen alles relativ hell ist. Achso, okay. Das ist eigentlich noch mit das Beste, weil es halt komplett dunkel ist. Du siehst halt nichts. Jo. Hm. Dann trittst du dem Schlitzer-Team bei und ich geh rüber. Alles klar. Äh, okay. Angst. Ja. Angst, Mella. Ja. So. Ich hab' ich Angst. Du siehst, ich palle aus, ey. Ich kann sogar meinen Gruß machen. Warte mal. Alles klar. Ey. Ey, man könnte sogar zwei Schlitzer machen. Oh, ist wär' so mies. Ja, ne? Geil. Okay. Wow. Let's the party started. Oh yeah. Na schau, jetzt kennt Aris meine, meine Verstecke. Na ja, wenn ich das überhaupt mal finde, Alter. Oh. Oh. Das ist gar nicht so einfach. Ich seh' nichts. Hä? Das ist der Sinn. Du musst eh drücken. Ja, mach' ich doch, aber... Zielen und E drücken. Ah. Ja. 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 Das ist definitiv nicht. Da geht's nach draußen. Warte, es gibt ein... Es gibt ein draußen. So weit bin ich noch nie gelaufen. Nee, wir kommen nicht nach draußen. Nur der Schlitzer kommt nach draußen. Das ist das gruselig hier unten, wenn kein Licht an ist, Mann. Ja, ne? Schon halt, ich find' das auch selber als Schlitzer gruselig. Wenn dann auf einmal so ne... Keine Ahnung, was für Typen da auf einmal stehen und man die selber abballern muss. Manchmal schreck' ich mich so, dass ich einfach wirklich mit einem Treffer... Keine Ahnung. Schon cool. Das war's ja. WTF seid ihr? Hier. Da wo wir sind. Geht's nicht durch? Okay. Vielleicht sind wir auch hinter dir? Wie ich mich eiskalt aber auch umdrehe, ey. Ja, man kriegt da halt schon so ne kleinen Paranoia. Aber ich müsste mal Outlast oder sowas aufnehmen, das wär geil. Brauch' ich aber bessere Videotechnik. Das geht nur geil mit Facecam, Mann. Man hat sich umgefiltert in die Hosenkarten. Mann, wo seid ihr? Die Zeit ist euch abgelaufen und... Hä? Scheiße. Lalalalalala. Gib mir mal einen Tipp, bin ich bei euch in der Nähe? Ja. Keine Ahnung. Also man kann's so sagen, wenn du mit Licht durch die Gegend rennst, haben wir dich bis jetzt noch nicht gesehen. Na. Ich renne mit Licht durch die Gegend. Also bis jetzt hab ich noch kein Lichtchen gesehen, außer das, was ich halt beim Laufen benutzt hab. Alter. Dieses Herzklopfen, ne? Das ist... Ich weiß gerade irgendwie noch nicht mal, ob ich aufm Boden gucke oder wo ich lang guck. Scheiße. Jetzt werd ich gejagt. Die werden gejagt, mister. Bitches. Alter. Wie viel frisst du? Genauso viel wie du. Alter, fabnesti. Wie schlecht, Mann. Well played. Schon allein. Ich war genau neben ihm und hab einfach gewartet. Na, wird er jetzt überbracht oder... Oh. Was tut das? Fuck. Fuck. Nicht schlecht, ey. Cool. Hm. Hm. So geil. Hammer. Warte, dann ist er ja jetzt... Oder du, je nachdem. Oh, bitte. Ich will... Ich will irgendwie beides nicht, aber ich find das trotzdem total spaßig. Das macht voll Laune, ey. Ich bin's. Okay. Bring ich bitte nicht um. Okay. Zuerst, Ares. Sind wir hier bei Wünscht dir wat? Oh nein. Leider nicht. Leider nicht. Ah! Okay. Alter! Wie geil! Erschreckt ihr euch mal gegenfaltig? So in etwa. Ich weiß so halt gar nicht, wenn ich mich verstecken soll. Ich auch nicht, Mann. Oh, Mann. Vor allem, ich weiß doch nicht mal, wo man spawnt hier. Als Schlitzer. Deswegen weiß ich nie, wie weit man gehen da kann. Man spawnt ziemlich am Eingang. Ja. Wo ist der Eingang? Ein paar Meter von hier entfernt. Ich bleib einfach hier stehen. Wer weiß, lastiert er mich auch gar nicht. Das wär so nice. Ja, ne? Das hätt so'n Megaskill. Das hätt so'n Megaskill. Oh, Mann. So. Gucke ich jetzt gerade aus oder nach oben? Ich weiß auch nicht, wo ich hingucke. Ei... Arsch... Manchmal sieht man das nur, wenn wirklich Licht an ist. Ah. Also von Schlitzer. Oh, weia. Hast du gerade Licht angemacht? Ich? Nein. Wieso? Oh. Oh, weia. Oder? Hab ich? Ich weiß es nicht. Glaub mir, wenn du dein Licht an hättest, dann wüsstest du das. Ja, ich... Ich... Dingste hier ganz halt rum mit der Cam. Keine Ahnung. Der schweigende Lämmer hier. Wo bin ich? Gute Frage, wo seid ihr? Gute Frage, wo seid ihr? Wo seid ihr? Geil. Oh, Mann. Schade. Oh, Mann. Oh, Mann. Ob ich mich noch gegen dieisfrage auf den Schaden gedreht belegt habe? Ich habe mich noch betroffen oder verfehlt. Ich habe mich noch gut gemacht. auch erst hinbewegt, oder? Ja, ich war hinter der ersten hinter so einer Klapptür, wo man nicht gucken konnte. Keine Ahnung, auf jeden Fall hab ich mich da so an der Ecke versteckt. Du bist durchgegangen, ich erst mal so voll Herzinfarkt. Bin dann, hab dann gewartet, bis du an der Ecke vorbei warst. Und dann bin ich da durch die Tür, wo du gekommen bist, durch und dann ja, bin ich da hingelatscht. Wo bist du? Wo bist du? Bisschen weiter weg von dir. Guck ihm auch mal zu. Mal schauen. Ich bin da. Sicher? Ah, hä? Die Ecke hab ich da, glaub ich, noch nie gesehen. Oh mein Gott, wie cool. Das war da, wo du warst. Gibt's ja noch mehr. Oder? Oder 2 Sekunden? Nee, ich hab das, glaub ich, doch schon mal gesehen. Du hast da. Äh. Versteckst du dich gerade, du Schlitzer? Nee, er latscht hier überall durch die Gegend. Wo versteckst du dich? Alter, ich bin voll um. Nein! Oh nein! Oh, ist das böse gewesen. Alter, well played, man. Richtig fresh. Alter. Ja, sind wir schon am Ende. Mann, Mann, Mann. Aber es gab ordentlich Kohle dafür. Doch, war witzig. Liebe Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, droppt doch mal ein Däumchen nach oben. Unten rechts könnt ihr auf die Ente klicken, um eine Aber-Ente zu werden. Oben links findet ihr den Counter-Strike-Stuff. Und unter links, Let's Play Wizen. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und sagen Tschömenö und noch einen wunderschönen Tag. Tschau!